Ja, meine Freunde, das Unvorstellbare ist wirklich jetzt passiert und wir wussten ja, dass es eine Frage der Zeit ist. Wir waren ungeduldig. Masaya Okugawa unterschreibt beim FC Augsburg. Das Bild habe ich hier von FC Augsburg Instagram. Stefan Reuter hier bei der Unterschrift mit ihm. Da sind noch mehrere Bilder geteilt. Er ist wirklich da und ich finde, das FCA-Trikot steht ihm klasse und ich werde es mir auch holen. Ich kenne nur seine Trikot-Nummer nicht. Die habe ich hier noch nirgends rausgefunden. Falls irgendjemand das Video gerade sieht und weiß, welche Nummer er kriegt, mir unbedingt sagen, dass ich mir das zeitnah besorgen kann. Masaya Okugawa ist da. Damit haben wir eine Kanalgeschichte geschrieben, die so wirklich speziell ist. Das einfach speziell ist. Ich habe das ja schon im Video erklärt, wieso Okugawa hier für uns so besonders ist. Wir haben ihn, glaube ich, gefühlt 150 Mal hier vorgestellt. Deswegen werde ich das jetzt auch wirklich nicht mehr machen, weil es lächerlich ist. Sonst, ich komme mir wirklich bescheuert vor. Wir werden ihn jetzt kennenlernen. Weidfüßiger, enorm beweglicher Spieler, technisch stark und vor allem diese Beweglichkeit und dieses bisschen Kreative einfach, wo uns abgeht, wird er uns reinbringen. Er kann sehr gut rechts außen, links außen spielen, aber auch als Zehner ist flexibel einsetzbar. Es kommt natürlich jetzt aufs System an. Spielt man mit Doppelspitze, kann ein Okugawa hängen spielen. Enno, bitte bring ihn bloß nicht als Mittelstürmer. Wir kennen alle jetzt die Experimente von unserem Trainer. Alles schön und gut. Okugawa, dann bitte als Zehner, wenn man mit Doppelspitze spielt, spielt man mit einer Dreierspitze, kann er gerne rechts außen spielen. Und dann wagerst du meinetwegen links außen. Dann wird das schon extrem spannend. Du kannst auch mit Okugawa mit einem Dreiersturm hängend noch spielen, weil es ist Zehner dahinter in einem 4-2-1-3. Das ist wirklich ein Transfer, über den ich mich so dermaßen freue. Ich freue mich, ihn auch das erste Mal beim Training zu erleben. Es geht ja jetzt bald wieder auch los. Auch ich werde natürlich jetzt vor Ort sein, zeitnah. Und einfach die neuen Spieler kennenzulernen und bei ihm, das ist einfach eine Sache, wo ich einfach nicht glauben kann, nach dem, was wir hier auf dem Kanal an Gas gegeben haben, dass er kommt. Und wir waren ja auch letzten Sommer scheinbar wirklich an ihm dran. Da ist es an dieser 5-Millionen-Ausstiegsklausel gescheitert, die Bielefeld wollte, die wollten wir nicht zahlen. Jetzt haben wir ihn auch noch ablösefrei für drei Jahre bekommen. Wir haben einfach mit asiatischen Spielern auch gute Erfahrungen, Yatschel Kuh einfach mal zu nennen. Das ist einfach eine Sache, auf die man sich freut. Ein Kicker, für den wir gerne ins Stadion gehen. Ich bin einfach sehr entspannt. Er hat in der letzten Zweitligasaison 10 Assists, 5 Tore gemacht. Das ist wirklich gut. Er hat auch in seiner Bielefeld-Saison, wo sie abgestiegen sind, 8 Tore, meine ich, gemacht. Das sind einfach auch Werte, die sind gut. Er ist einfach technisch stark. Er wird auch Spiele haben, wo er nicht alles für uns entscheiden können. Also wir dürfen ihm nicht zu viel Druck aufsetzen. Er hat auch Spiele, wo er scheinbar ein bisschen mal untertaucht. Trotzdem ist er immer wieder für einen Scorer auch da gut. Wir müssen einfach vertrauen, dass dieser Junge uns helfen wird. Und er wird es auch tun, weil wir so einen Spielertypen in dieser Form nicht haben. Ja, und bevor wir es auch noch vergessen, möchte ich euch auch noch sagen, was Okugawa und Stefan Reuter zu diesem Deal jetzt noch heute gesagt haben. Der Kontakt zu den FCA-Verantwortlichen besteht schon länger und ich bin sehr froh, bald wieder in der Bundesliga auflaufen zu dürfen, sagt Okugawa. Hier in Augsburg sind die Bedingungen ideal und auch die Mannschaft verfügt über viel Talent und Mentalität. Ich möchte mich jetzt in der Vorbereitung von meiner besten Seite zeigen und mir möglichst einen Platz in der Startelf erkämpfen. Sportchef Stefan Reuter sagt folgendes, Masai Okugawa ist ein schneller, wendiger und kreativer Spieler, dribbelstark, der im letzten Drittel für viel Gefahr und kreative Lösungen sorgen kann. Er fühlt sich sowohl auf der 10er-Position als auch auf beiden Flügel wohl und hat in den letzten Jahren eine konstante Anzahl an Scorer-Punkten geliefert. Mit ihm wird unsere Offensivabteilung noch unberechenbarer und das kann ich nur so bestätigen. Und ich glaube, wir alle freuen uns über Masai. Er scheint auch wirklich ein sehr, sehr geselliger Mensch zu sein. Man hat auch aus den Bielefelder Kreisen ja so ein bisschen gesehen, seinen Abschied, wo er da gepostet hat, dass viele Fans ihm einer der wenigen Spiels, wo die Fans ihn auch abkaufen nach dem echt harten Abstieg, die wurden ja durchgereicht für Bielefeld, dass er ihm leidtut, was passiert ist und so. Und denen hat man das wirklich abgekauft. Er kommt da schon teilweise wirklich sehr gut an und ist einfach jemand, ich hoffe auch einfach, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass Enrico Maaßen ihn auch aufstellt. Es ist halt so eine Sache, wir haben alle das letzte Jahr erlebt, es waren teilweise Aufstellungen, wo wir wirklich uns so gefragt haben, hä, wieso, warum spielt der nicht? Das ist aber in jedem Verein so, es haben Spieler auf falschen Positionen gespielt, teilweise gut, teilweise auch zu oft, dann unkonstant, muss ich nicht alles erwähnen. Ich hoffe einfach, wie gesagt, unser Trainer und der Verein scheint aus dieser Transferperiode, was sie mir signalisieren, wirklich gelernt zu haben. Dieses Transferfenster ist mehr als solide, mehr als solide. Wir haben vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag nahezu unseren Kader, zumindest was Eingänge, Transfer angeht, fast fertig. Ein rechter Verteidiger wird noch kommen, muss auch kommen. Und da wird es wohl um die Erlöse gehen, die uns ein Pepi bringt, vielleicht einen Berischer, dass man da auch wirklich mehr zahlt für einen rechten Verteidiger. Und das muss sein, da muss wirklich ein Qualitätsspieler her. Aber sonst sind wir so gut wie fertig und es werden uns natürlich noch einige Spieler verlassen. Da werde ich aber ein extra Video dazu machen, welche Spieler da noch in Frage kommen. Zum Beispiel hat man auch eine Niago gefragt, jetzt ist er auch beim Auftakt dabei, wie schaut es denn aus, wechselst du, wechselst du nicht? Er hat gesagt, Stand jetzt ist er da. Es ist nichts ausgeschlossen. Vielleicht verlängert auch Niago. Nur als Beispiel noch, es ist einfach noch lange, das Transferfenster offen. Wir haben vor allem die Rechtsverteidigerposition, wo unbedingt noch besetzt werden will. Aber sonst hat man eine super Arbeit geleistet. Damen, Pfeiffer, Breithaupt, Michel, Okugawa. Es ist alles wirklich gut. Viele Zweitliga-Kicker oft lese ich. Ja, aber das sind schon auch Zweitliga-Kicker, die dort gut performt haben und gute Spieler waren in ihrer jeweiligen Liga mit den Top-Marktwerten. Pfeiffer und Okugawa waren ja lange auf, glaube ich, 1 und 2 oder 1 und 3. Das ist einfach so eine Sache. Wir dürfen noch eines nicht vergessen, weil gestern hatten wir auch im Discord so ein bisschen die Diskussion. Wir sind ein Team, das jahrelang jetzt in den Abstieg gespielt hat. Wir können nicht erwarten, dass wir jetzt Spieler für 15, 20 Millionen holen oder einfach Spieler kriegen, die absolute Top-Spieler auf ihrer Position sind. So einfach ist das halt nun mal einfach nicht, wenn man jahrelang im Keller mitspielt. Das müssen wir uns jetzt Step-for-Step bearbeiten, auch bessere Platzierungen zu holen. Dann kann man auch Spieler vielleicht eher aus der Bundesliga holen, wo schon bei ihrem Team im Mittelfeld auch gestandene Spieler sind und dann zu uns holen und die uns zu 100.000 Prozent sofort verstärken. Nur sind wir da jetzt momentan auf einem anderen Weg. Wir haben junge Talente, kann ich mit leben, haben Top-Spieler zumindest aus der 2. Liga geholt, mit Michel auch einen spannenden Spieler und Damen. Das ist alles in Ordnung. Wir dürfen nur nicht die Ansprüche zu hoch stellen, weil wir sind, wie gesagt, ein Team, das jahrelang um den Abstiegskampf kämpft. Und das muss jetzt geändert werden. Dann können wir auch unsere Ansprüche Stück für Stück, auch was Transfer angeht, erhöhen. Was ich aber total die Meinung teile, auf der rechten Verteidigerposition muss Qualität her. Sprich, da muss zur Not Geld, richtig Geld gezahlt werden. Und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass durch unsere Abgänge, die noch passieren werden, dieser rechte Verteidiger finanziert wird. Und wenn der noch kommt, dann stimme ich mich auf eine hoffentlich ruhigere Saison ein, von meinem Gefühl her. Dieses Transferfenster finde ich absolut solide. Ich muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr auch kein so schlechtes Gefühl. Das, was dann aber auf dem Platz passiert, das zählt am Ende. Und ich hoffe, dass diese Mannschaft sich so gut liest, wie sie ist. Sie liest sich spannend. Und definitiv nicht wie ein Abstiegskandidat oder ein Team, das bis zuletzt Spiel im Abstiegskampf kämpft. Aber es kann auch passieren. Es kann passieren. Am Ende zählt auf dem Platz. Die Jungs und der Trainer müssen jetzt es mir beweisen, auch N.O. Maasen muss es mir beweisen, dass er es mit diesen Jungs auf dem Platz kriegt, diese Mannschaft dahin zu führen, wo sie meines Erachtens auch hingehören kann. Und das ist in eine ruhigere Saison als Ziel. Wir reden nicht vom Platz. 10, Top 10, Europa, Conference League. Im Gottes Willen. Wir sollten jetzt einfach erst mal als Ziel haben, 40 Punkte holen. So hat es auch Freiburg. So haben es sie auch, formulieren sie. Wenn man die schnell holt, kann man über mehr nachdenken. Schnell 40 Punkte holen. Und eine ruhige Saison möchte ich erleben mit dieser Mannschaft. Weil das ist möglich. Und nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenhall kämpfen. 32. Spieltag. So was. Klassenhall schon haben. Das würde schon mal gut tun. Und so muss man sich Step für Step jetzt das erarbeiten. Auch mein Vertrauen war am Ende. Zählt es nun mal, was auf dem Platz passiert. Die letzte Saison war auf dem Platz, gerade am Ende, sehr wenig. Und das muss jetzt auch geändert werden mit diesem echt spannenden Kader und einem Kader, der unfassbar Spaß macht. Ich habe auch eine Dauerkarte für nächste Saison. Ich habe einfach mega Bock mit euch, die Saison zusammen zu erleben. Aber es muss auch einfach, wie gesagt, auf dem Platz gezeigt werden, dass wir wirklich auch einen, ja, nicht die Namen sind wichtig, sondern am Ende das, was auf dem Platz passiert. Und da hoffe ich einfach, dass hier ein richtiger Step nach oben für uns alle passiert. Das möchte ich nochmal einfach loswerden. Und dass ich mich nicht so oft aufregen muss nach Spielen und kritisieren muss, sondern einfach auch mehr die Mannschaft loben. Weil das wäre ja auch mein Traum, mein Ziel, nicht ständig hier zu meckern. Aber ich hatte einfach die letzten Wochen, Spieltage haben wir nahezu jedes Spiel verloren, unentschieden gespielt, da waren die schwächere Mannschaft. Das ist nun mal Fakt und ich hoffe, das ändert sich jetzt mit diesem geilen Team, auf das ich richtig Bock habe. Und unbedingt nicht vergessen, Okugawa-Nummer will ich haben. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem Info. Ihr habt es schon im Fabnick gesehen. Philipp Tietz polarisiert auch das Thema jetzt. Ihr habt es schon gesehen, in den Kommentaren ging es hier schon hin und her. Da ist sämtliche Meinungen. Super Stürmer, klasse Berischer, Ersatz. Dann gab es auch Kommentare. Wir sind im Sturm viel zu überfüllt. Warum noch einen Stürmer holen, selbst wenn Berischer geht? Alles sehr, sehr spannend. Und hier gleich mal die erste Frage, bevor ich zu den Infos komme. Findet ihr, dass wir zu viele Mittelstürmer haben? Oder sagt ihr, wenn Berischer geht, soll ein Philipp Tietz kommen? Da möchte ich auch jetzt unbedingt hier nochmal eure Meinung in den Kommentaren haben. Da denken ja viele anders. Genau. Hier ist wirklich so scheinbar der Fall. Es wurde gestern auch von sämtlichen Quellen wieder berichtet, dass man sich mit Herrn Tietz schon geeinigt hat. Ein Vertrag bis 2027. Und das war schon verwunderlich, dass das da einfach schon so weit ist. Ablöse ist hier der Knackpunkt. Es geht wohl um 3 Millionen Euro. Da irgendwo drehen wir uns. Auch nicht besonders wenig. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er das wert? Das ist die Frage. Und zweitens, ich habe bei Darmstadt noch so ein bisschen recherchiert. Da gab es auch ein Zitat, dass sie schon, die sind bekannt als auch härterer Verhandlungspartner und die müssen den gar nicht zwingend abgeben. Sie haben auch ganz klar betont, dass sie durch ihn eben auch mit aufgestiegen sind. und selbst bei sehr verlockenden Angeboten, wie das hier auch eines ist, sind sie teilweise auch bereit, es abzulehnen. Sprich, sie gehen dann lieber mit Philipp Tietz in die neue Saison, als dann diese 2-3 Millionen Ablöse zu nehmen. Also das ist ein ganz klares Signal. Hey, mit uns, da müsst ihr schon härter verhandeln und die rücken nicht so leicht ab von ihren Forderungen. Auch eine spannende Geschichte, die ich nicht so ganz überprüfen kann. Thorsten Lieberknecht, ein Trainer, den ich ja auch sehr gern habe, einer meiner Lieblingstrainer in den Bundesligen, hat scheinbar mit ihm, hier mit Philipp, eine engere Beziehung, kennt sich scheinbar schon etwas länger. Und er hat ihn gerade hier auch bei Darmstadt richtig auf die Beine gebracht. Wenn er zu uns wechselt, auch natürlich so eine Sache, funktioniert er dann unter Maßen genauso gut wie unter Lieberknecht. Ist jetzt einfach auch mal nur dahingestellt. Und dann, was mir auch bei seinen Torkoten aufgefallen ist, der hat manchmal so einen extremen Lauf, wo er öfters trifft, dann aber mehrere Spiele auch in ein Loch. Das ist mir jetzt einfach nochmal beim Durchschauen auch aufgefallen. Kam auch hier mal in den Kommentaren. Ja, auch eine Sache, wo man auch beobachten muss. Auf jeden Fall ist das hier weiter, als wir denken. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich mit Berisha entwickelt. Der ist schon noch auf Reha, also er ist nicht beim Mannschaftstraining. Und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und einfach nur gespannt wie ein Flitzebogen, wie das Ganze hier endet mit Philipp Tietz und Mergin Berisha. Auf jeden Fall, Philipp Tietz möchte wohl scheinbar auch unbedingt. Und wie gesagt, denkt er meine Frage, sind wir für euch im Sturm überladen? Demnächst plane ich auch ein Video, das zeitnah kommt. Wer, wie ist gerade der Stand? Wer wird uns wohl verlassen? Wie hoch ist hier die Wechselwahrscheinlichkeit, dass dieser Spieler X uns noch verlässt? Das wird jetzt die kommenden Tage auch noch kommen. In diesem Sinne, Leute, freuen wir uns, dass Okugawa da ist. Trikot wird schnellstmöglich geholt. Trainingseindrücke, Videos werden wohl auch bald schon wieder kommen. Und in diesem Sinne, Daumen hoch wäre super und bis bald, euer Dennis. Ciao, ciao. Und hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die eh immer verlängern und ein neues Mitglied, das hier auch dazustoßt, Wolf Burrito. Du warst schon mal dabei, hast jetzt wieder verlängert. Danke dir für deine Mitgliedschaft und euch allen wie immer für alle Daumen und fürs Zuschauen. Vielen Dank von Herzen und Gruß aus Augsburg. Ciao, ciao.